Hallo YouTube, ich möchte euch mal meine Community mal zeigen, bei Mario Kart 7. Wer beitreten möchte, die Community heißt Mario Kart 7. Das sind 100 Kubikzentimeter aller Items. Also bisher habe ich noch keine Mitglieder. Was ich gerne haben, also was ich wünsche, aber muss nicht unbedingt sein, ist, als Charakter Mario zu nehmen. Aber ich bin da nicht so streng und es ist egal, welchen Charakter man nimmt. Und wichtig ist der Community-Code hier. 68 9557 2487 8300. Ich hoffe, dass schnell welche meiner Community beitreten. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss.